Wenn wir den Wortschatz erweitern wollen, müssen wir üben. Deswegen heißt das Video auch so. Du weißt ja, Übung macht den Meister. Alle schon gehabt. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal von MR Rhetorik. Schön, dass du dabei bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Übrigens, wenn du die Übung hattest, laut lesen. Bücher. Denke dran, lese Bücher. Schreibe Texte. Du hast hier auf dem Kanal mittlerweile sehr, sehr viele Übungen bekommen. Du hast auf dem Kanal richtig viele Möglichkeiten, die Übung rauszusuchen. Denke auch dran, mein Udemy-Online-Kurs ist da. Kannst du auch buchen. Ich glaube für 12, 13, 15 Euro. Irgendwie sowas. Es ist mir wichtig, dass du den einfach und günstig kaufen kannst. So, jetzt ist das Thema heute aber Übung und ich möchte gerne reingehen. Übungen im Alltag. Wie kannst du Übungen im Alltag unterbringen? Überleg mal bitte. Du hast die Wortschatztabelle. Du hast die Buchstabensuppe. Du hast das Chunking. Du hast laut lesen. Du hast so viele Übungen bekommen. Ich verlinke es dir hier nochmal, damit du einfach nochmal besser sehen kannst, was hier alles ist. So, und jetzt geht es darum, wann soll ich das machen? Und ich sage dir, es ist so leicht im Alltag das Ganze umzusetzen. Ich weiß nicht, was du arbeitest. Ich weiß nicht, was dein Job ist. Aber überleg doch mal bitte, wenn du eine Mail schreibst, überleg doch mal bitte, auch in deinem Alltagsstress, die Mail anders zu formulieren und Worte anders zu schreiben, als du es vorgehabt hast. Wenn du immer schreibst, sehr geehrter Herr, sehr geehrte Damen und Herren, schreib doch mal Hallo, Moin, Servus. Da ist schon mal eine Veränderung drin. Die Verabschiedung mit freundlichen Grüßen. Freundlicher Gruß. Gruß aus Hannover. Sonnige Grüße aus. Winterliche Grüße. Verschneite Grüße. Regnerische Grüße. Superschöne wochenendliche Grüße. Keine Ahnung. Bau die Adjektive ein. Such dir etwas, dass du alleine schon mit der Einleitung und mit dem Schluss anders arbeitest. Such dir schon andere Worte, andere Texte, damit du anders da rangehen kannst. Jeder kleine Schritt bringt dich ein Stück weiter. So, dann machen wir weiter. Nehmen wir die Wortschatztabelle. Also wir werden einige Übungen hier machen. Bleib ja dran. Das ist ganz wichtig. Und abonniere den Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Ganz wichtig. So, also die Wortschatztabelle. Wenn du zur Arbeit fährst, was kannst du machen? Du denkst über alles Mögliche nach. Ja, dann mach doch mal eine Wortschatztabelle im Kopf. Du fährst irgendwie die Straße entlang und du sagst, gut, ich sehe Autos. Fangen wir an mit Autos. A ist das Abgas. B ist der Beifahrer. C ist, D ist, untergehst du durch. Und du wirst denken, boah, was ist hier los? Wie schnell bin ich denn jetzt hier durchgekommen? So, und wenn du dann auch vielleicht ein bisschen Sport machst, dann geh doch rein. Mach doch im Sport. Weiß nicht, ob du schwimmst, läufst, Rad fährst, ob du im Fitnessstudio bist, mach die Wortschatztabelle. Du kannst sie immer wieder unterbringen und das ist richtig klasse. Machen wir weiter. Ich hatte gesagt, Texte schreiben. Erinnere dich mal bitte, was wir gesagt haben. Texte schreiben, um deinen Wortschatz zu erweitern. Such dir jedes Mal ein anderes Thema. Und dann? Du schreibst Mails. Du schreibst Berichte. Du schreibst Briefe. Ich weiß nicht, was du alles schreibst. Du schreibst überall Texte. Und jedes Mal nimmst du andere Worte. Denk an unseren Anfang. Du hast gesagt, oder ja, man hat gesagt, Einleitung und Abschluss. Aber dazwischen kannst du auch variieren. Such doch dann mal andere Worte. Wenn du sagst, Mensch, hier habe ich so oft das Wort dann genutzt. Hier habe ich so oft das Wort werden genutzt. Hier habe ich so oft das Wort machen benutzt. Keine Ahnung, was du für Worte nutzt. Die änderst du. Da gehst du nochmal in die Mail und schreibst es anders. Und das Geile ist, kriegst es bezahlt. Du machst es doch während der Arbeitszeit. Bedeutet, du kriegst deinen Wortschatz erweitern während der Arbeitszeit unter. So, und was haben wir noch? Laut lesen. Lest doch deine Mail. Die kommt oder die rausgeht. Laut vor. Machst die Tür zu. Da musst du mal aufpassen, dass du nicht einen Kollegen störst. Aber mach doch die Mail. Lest doch die Mail. Das habe ich selbst machen gesagt. Lese die Mail laut vor. Fertig. Du wirst sofort anders lesen. Du wirst sofort aufmerksamer lesen und Worte finden, wo du sagst, huch, das hätte ich überlesen, wenn ich leise gelesen hätte. Achte darauf, wie du was liest. Das ist ganz wichtig. So, wir machen weiter. Wir machen die Buchstabensuppe. Wie kannst du das machen? Ja, ich weiß nicht, wie heißt das? Russisch Brot. So heißt das. Russisch Brot. Und holst du ja Buchstaben. Ja, und dann ist das deine Leckerei am Abend und du legst dir mal ein paar Buchstaben dahin. So, und wenn du sie gelöst hast, kannst du essen. Nächste Buchstabenreihe hingelegt. Und das kannst du mit deinen Kindern spielen. Das kannst du mit deinem Partner spielen, mit der Partnerin. Du kannst doch spielerisch üben. Ja, nutzt das doch. Scrabble. Das Spiel hatten wir einfach mal Scrabble rausgesucht. Und schon wirst du sagen, hey, wir spielen jetzt unser Dienstag ist unser Scrabble-Abend. Unser Donnerstag ist unser Scrabble-Abend. Und dann spielst du das regelmäßig. Und du wirst merken, was du für Worte findest. Möglicherweise erfindest. Ja, okay. Vorsehen, Nachsehen. Also du hast so viel, was du im Alltag machen kannst. Deswegen bitte bleibe dran. Übe und leg los. Bei Udemy im Kurs wirst du noch viel, viel mehr bekommen. Denn die tägliche Übung im Alltag, tägliche Übung im Alltag. Okay, das ist vielleicht eine Doppelung. Aber die Übung im Alltag ist das Wichtigste, was du bekommst. Und deswegen gib Gas und such dir immer wieder Möglichkeiten, wie du das erweitern kannst. Haben wir ganz schön Gas gegeben heute. Ich wünsche dir, nein, pass auf, bevor wir Schluss machen noch eins. Du wirst in den nächsten Tagen noch ganz neue Übungen bekommen. Sei jetzt schon gespannt. Jeden Mittwoch 15 Uhr veröffentlicht das Video. Und dann bitte immer wieder reingucken. Daumen hoch. Gerne abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst. Und sei gespannt, was wir noch für richtig, richtig gute Übungen hier machen werden. Und ich freue mich drauf, wenn du mir in die Kommentare schreibst, wie viel besser du durch die Worte, durch die neuen Worte, durch die neuen Übungen geworden bist. Jetzt machen wir Feierabend. Du weißt ja, Mittwoch, Donnerstag, Sonntag kommen die Videos. Abonnieren, sodass du immer wieder die Information bekommst, jetzt ist ein neues Video da. Mein Name ist Martin Rettmer. Ich heiße dich ganz herzlich, nein, ich verabschiede dich ganz herzlich und dann mache es gut.